Hier in diesem Video haben wir zwei Patienten, die unterschiedlich behandelt wurden. Bei der ersten Patientin wurden statt Veneers Kronen beschliffen. Das heißt, der ganze Zahn wurde abgeschliffen und sie hat unechte, weiße, große Zähne bekommen als Kronen und nicht als Veneers. Das ist in meinen Augen ein Behandlungsfehler. Und beim zweiten Patienten wurden sehr natürliche, minimalinvasive Veneers präpariert. Und das Ganze sieht viel natürlicher und viel, viel schöner aus, meiner Meinung nach. Ich glaube, man kann sich sehr, sehr helle Zähne machen lassen, aber ich würde mir niemals meine Zähne abschleifen lassen und mir Kronen machen, wenn Veneers möglich sind.